Gerade jetzt, wo die Tage kurz und nächt lang sind, finden die Einbrecher ideale Bedingungen vor. Zwar sind im aktuellen Bericht zur Kriminalstatistik die Einbrüche mit Diebstahl in Zürich ein bisschen zurückgegangen, um 8% im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem, wenn es trifft, leiden oft noch jahrelang unter dem Schock. Auch für den Experten Giorgio Gianni ist ein Einbruch nicht eine reine Theorie. Er ist auch schon Opfer geworden, weiss also, dass man sich nicht zu 100% schützen kann, aber es hilft, wichtige Regeln einzuhalten. Also sicher mal, dass man alle Feisten zu hat. Und wenn die Kieptfeisten offen sind, dann ist man auch zu Hause. Ja, nicht fortgehen mit kiepten Feisten, das ist eine Einladung für einen Einbrecher. Selbstverständlich immer Türen zu machen, also zu schliessen. Man könnte ja im Keller unten sein oder basteln oder in einem Zimmer Fernsehen schauen. Also da kommen die Einbrecher auch rein, das sind sicher mal die wichtigsten Punkte. Bringen moderne technische Massnahmen etwas? Also es gibt sicher Alarmalagen, die sind natürlich teuer und aufwendig. Man kann natürlich auch einfach das Licht brennen lassen im Haus, das ist immer gut. Vielleicht gibt es auch, kann man so Geräte kaufen, wo man das Licht kann steuern, dass es nach 10 Minuten löst und in einem anderen Raum das Licht wieder angeht. Oder es gibt auch so Attrappen, die den Fernsehen nachher machen, leichtmässig. Und man könnte meinen, jetzt schaut jemand Fernsehen in diesem Haus, dann kommt man sicher nicht rein, um die Angst überhaupt ins Haus reinzugehen. Gibt es Liegenschaften, die besonders gefährdet sind? Also gefährdet sind sicher mehr Häusen, die abseits sind, die ich nicht immer kontrollieren kann. Also wenn man einen Nachbarn hat, der während ich in den Ferien noch ein bisschen kontrolliert bin, ist das sicher besser. Sicher ist auch Häusen mit sehr vielen Grünen und Pflanzen, wo man sich verstecken kann, ist sicher auch einladender. Oder ein Freisitz, der auch nicht einsehbar ist. Das ist immer sehr gut, ihr habt aus eigener Erfahrung, bei mir sind sie beim Freisitz hinein. Und ja, das ist leider dann so gesehen. Zum Glück sind wir nicht zu Hause, kann man im Nachhinein sagen. Wie fühlt man sich nach einem Einbruch? Also das Gefühl ist sicher nicht optimal, weil es wirklich alles durchnullt war. Und nur schon, dass jemand die Wahr in den Fingern genommen hat, ist schon ein ganz komisches Gefühl. Ja, zum Glück eine Frau, die nicht Angst hat, die auch nicht Angst hat, also kann man damit leben. Aber da ist schon gehört, dass gewisse Leute fast nicht mehr zügelt sein müssen, weil sie einfach das nicht mehr erleben wollen und einfach Angst hatten, in diesem Haus zu leben.